Wir sind heute hier in Mettmann-Süd auf dem Spielplatz am Steinbruch. Da wird der erste Bauabschnitt heute eingeweiht. Bereits seit 2015 hat sich die Stadtteilkonferenz Mettmann-Süd eingesetzt, dass dieser Spielplatz schöner wird. Schauen Sie selbst. Guten Tag, Herr Sucic. Sie sind Dezernatsleiter für den Fachbereich Bildung, Jugend und Soziales und damit auch zuständig für Kindergärten, aber eben auch für Spielplätze. Schön, dass Sie hier sind. Herr Sucic, warum ist dieses Projekt so wichtig für die Stadt Mettmann oder für den Stadtteil? Ja, erstmal ganz lieben Dank, Frau Hengst-Golke, für die Einladung hier in das Areal. Der Spielplatz, diese Spielplatz-Eröffnung ist deswegen so wichtig für die Stadt und auch für den Stadtteil. Es ist der größte Spielplatz in ganz Mettmann, auch einer der vielfältigsten. Und mit dem Areal, was wir heute eröffnen, ist ja nur ein erster Teil angedacht. Wir werden ja noch die ganzen übrigen Areale erschließen. Und ich glaube nicht nur, sondern bin verbindlich sicher, dass dieses Areal, dieser Spielplatz im Gesamtausbau nicht nur eine sehr schöne Spiellocation für hier den Stadtteil Mettmann-Süd darstellen wird, sondern ich hoffe wirklich für die gesamte Stadt. Das wird eine schöne Sache. Also wir haben den Spielplatz natürlich auch mit Eigenmitteln der Stadt realisiert, also eigene Haushaltsmittel, müssen aber, leider Gottes ist es in der heutigen Zeit so, auf Sponsoren spenden und Vertragspartner zurückgreifen. Das wird auch für die Erweiterung des Areals für den Spielplatz notwendig sein. Aber ich glaube, unsere Kontakte sind so gut, dass wir die Finanzierung auf jeden Fall hinkriegen und werden dann im Zeitraum X, ein, zwei Jahren, hier das komplette Gelände erschlossen haben und die komplette Funktionalität hergestellt haben. Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Gäste, liebe Eltern und Kinder, wir eröffnen hier heute den mitgrößten Spielplatz in Mettmann, hier in Mettmann-Süd, mit rund 13.600 Quadratmeter Gesamtfläche. Die Anfänge zur Entwicklung dieses Kindergartens, der eine oder andere wird sich erinnern, war im Frühjahr 2015, also immerhin vier Jahre her. Im Frühsommer 2015 gab es eine Umfrage an die Bevölkerung, an die Kinder. Viele Kinder hatten sich damals beteiligt und die Rückläufe sind fast 100 Prozent umgesetzt worden bei der Planung dieses Spielplatzes. Die Stadtverwaltung Mettmann ist durch die Abteilung Grünflächen involviert. Sie war nie Alleinkämpfer, sondern hatte eine gemeinschaftliche Planung mit der Stadtteilkonferenz Süd. Das sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, hauptamtlich und ehrenamtlich, vom Altenstift und andere und natürlich mit den Spielplatzparten. Spielplatzparten, die meisten kennen Sie, Frau Nicola Hengs-Grolke, möchte ich da nicht unerwähnt lassen. Ich kenne Sie seit vielen Jahren als sehr engagierte Mitarbeiterin in dem Kontext und sage an der Stelle erstmal Dankeschön. Neben denen, die ich gerade genannt habe, sind natürlich unsere Kindertagesstätten der Stadtverwaltung mit im Boot. Das Familienzentrum Händelstraße, die Leiterin und stellvertretende Leiterin sind an Bord, alle kennen sie. Die Leiterin des Kindergattens Grötnerstraße ist auch an Bord. Und die OGS Neandertal habe ich, glaube ich, die Leiterin noch nicht gesehen. Aber da, Entschuldigung, sehe ich jetzt auch. Der erste Baustein von diesen 13.600 Quadratmetern, den wir gerade eröffnen, ist auch durch Eigenmittel der Stadtverwaltung finanziert worden. Aber man muss leider erwähnen, aber es ist ja bei solchen Projekten heutzutage eher der Standardfall, dass wir auch Spenden, Sponsoren, Werbepartner gesucht haben und auch gefunden haben, die sich an der Finanzierung beteiligt haben. Und wir werden, ob man sagt leider, weiß ich nicht, wir werden diese Partner auch für die Zukunft, für die Realisierung des Restpotenzials brauchen. Aber ich bin mir verbindlich sicher, die Vergangenheit hat es gezeigt, wir werden das schaffen. Und das, was Sie hier sehen, ist der erste Angang. Im Endausbau werden wir in verschiedensten Ausprägungen in diesem Areal eine Bewegnungsstätte für Jung und Alt haben. Wir werden mehr Sitzmöglichkeiten haben, Fitnessgeräte, neue Spielgeräte, Freiflächen für Stadtteilfeste und Grillmöglichkeiten. Also es wird ein richtig schönes, kleines Freizeitzentrum, sowohl für Mettmann Süd als auch, ich hoffe, für die gesamte Stadt. Dieses lebendige Zentrum des Zusammenlebens ist, was, glaube ich, in der Form noch nicht realisiert ist in Mettmann. Ich freue mich, dass das so realisiert werden konnte. Ich danke noch einmal allen Beteiligten, die mit viel Herzblut dazu beigetragen haben und möchte bitte explizit auch noch mal erwähnen, relativ viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Ehrenamtlerinnen und Ehrenamtler, die wirklich signifikant dazu beigetragen haben, haben nur ihr Herzblut beigetragen, weil eine Entlohnung in Geld hat es nicht gegeben. Das darf man heutzutage nicht vergessen und es lohnt sich, das immer wieder zu erwähnen. Und deswegen an die, die nur Herzblut eingebracht haben, ganz besonderes Dankeschön. Ich wünsche allen Beteiligten, allen Nutzerinnen und Nutzern, allen Kindern, allen Entlern weiterhin viel Spaß, denen die Erweiterung noch mitgestalten werden, viel Kraft und Ausdauer bei der Umsetzung und sage einfach ganz lieben Dank und weiterhin viel Spaß für den heutigen Nachmittag. Danke sehr. Danke. Danke.